Da waren wir doch schon! Warum geht ihr da wieder hin? Der ist so radioaktiv! Was ist hier? Ah, Gesicht! Easy! Ich will die Tür grad gar nicht aufmachen. Wo ist... wo ist der? Okay. Rot ist dicht überall. Gesicht! Frank, die Jewish Doktor! Shalom! And then... Hä? Ja? Ah! Hi! Fuck yeah! Ja, der Martin ist noch nicht wieder beliebt! Der verrückt Clay! Der macht halt die ganze Zeit die Tür auf und zu! Haupt, der Hund! Was ist der Tag? Das Gesicht! Ich bin TORGMANN! Und? Du hast keine Spitze verstecken. Erfolg wirklich! Chicken McNuggets! Mit 100 Pun... Oh Mann! Wies! Der Hund ist weg, der ist grad in sein Schach gesprungen. nào! Wer hat bestellt? Pflaster smash! Hier in der Rückseite! Was macht der Hund? Aufschrei, Marius Der Hund ist da drin In uns Gesicht Wo? Links, 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 links Dreck links, links Fuck Marius, rechts du keck Kannst du... Na man, können wir wieder zu... Hä? Wo ist Marius? Wo ist Marius? Keine Smell Die... Ich... Oh, endlich weg Ich wollte sie nicht messen So, in dir müsste es eigentlich gesaved sein Ich guck jetzt nur noch kurz hier wie es hier aussieht Es lackert das Licht Können wir bitte raus? Die Musik Ich würde gerne ra... Es lackert das Licht Da kommt die Musik Oh man Okay Wir haben das nochmal machen Ja sorry das war halt dein Plan Ja warum? Nebo die sind so wichser Die machen das einfach kein... Oh ich guck jetzt Oh Nebo stimmt für mich Die nichts Die Die Hände Die 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 AAAAAAAAHHHHH Hehehehehe Du Füchse! Uuuuuh WUAAAAH Hattest du schon mal so ein Bild gefunden, wo so ein Tü drauf ist und ich denn so ein Kumpel Oh mein Gott Oh mein Gott Alter kommt er einfach hinter Marius, ey was zur Hölle Yes! Stem zu spielen Oh na Nein Und Hör Ja Ich muss wieder zurück Der ist immer noch da Ich hoffe das das jetzt ein neues Level ist Hoffentlich ist das ein neues Level, weil sonst wird das echt ärgerlich, wenn wir alles vom Funding machen müssen Oh yeah, Mr. Krabs Wo ist die Tür hin? What the fuck What the fuck Ja, ich muss eine Route haben dann Glaub ich, oder? Ich glaub die bewegen sich erstmal nicht So wie eine Beampftfalle würde ich schon mal brauchen So wie eine Beampftfalle würde ich schon mal brauchen Oh, hinter dir! Ja, ich komme Ja, ich komme Ja, ich komme Ja, ich komme